Kleinstbetrag oder den Abruf einzelner Nachrichten Bislang ist die praktische Bedeutung jedoch gering Telefongebühren im Festnetz werden allerdings seit Jahren in der Regel als Sendbruchteile pro Gesprächsminute angegeben und berechnet Sie hörten den Artikel Kleinstbetrag gesprochen am 30. Mai 2013 Der Artikel findet sich unter www.wikipedia.org www.wikipedia.org Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Like 3.0 und portet sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und gnu.org nachgelesen werden